Piu-Piu Skate Ich bin Florian, bin zurzeit 18 Jahre alt, das ändert sich jeden Mai am 19. Und das ist mein Kanal-Trailer, ich wünsche euch viel Spaß, tschüss. Marvin! Hä? Wie viele sind das denn? Nein! Ey, MAN! Danke. Nein, tschüss! Aahh! Shishun hat Everyday in einem Duell besiegt. Alter, wen juckt das? Third Position, was steht da drauf? Was ist jetzt? Es macht Piep 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 Piep! He? Gidee, Gidee, was passiert da gerade? Ich weiß es nicht, Mann! Es macht ganz laut Piep! Es macht ganz laut Piep! Ich weiß nicht, was ich tun muss, Alter! Warum muss ich den Wecker ausschalten, Mann? Ach so! Das ist ein Wecker. Mann, was soll denn der scheiß Wecker hier? Nein! Hier, friss du Orange, Alter. Bist du dumm? Friss du Orange? So, Reinhard. Ja, danke. Ich hab verstanden. Wo kommt schon wieder Soja her? Hier, äh, da, da. Hier. Oh. Ja, das warst du. Ja. Nein, 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 nein. Mach mal an, nein. Nee, nee, Alter. Geht das was an? Ja, warte. Hier. Hallo? Als ob das nicht ge- Mir ist egal. Warte, Leute. Äh, ich kenn den Geheimcode, dauert uns 20 Sekunden. Bip, boop, bip, 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 bip. Ich glaub, wir haben's kaputt gemacht. Thanks for a wonderful time on the scale from 1 to 10, you get a 5. Ich krieg nur ne 5? Du hast aber was im Gesicht, das ist Hässlichkeit. Okay. Okay. Soll ich mir direkt ne Schrotze holen? Nee, oder? Nee, warte her, so. Das war nur ein paar Ausschnitte aus unseren Gaming Sessions. Wenn ihr Bock auf mehr habt, lasst doch ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen und schaut euch doch mal ein bisschen auf dem Kanal um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich. Ciao.